hallo und herzlich willkommen ich bin walter lübeck ich bin seit 1989 usui reiki meister lehrer und habe während der letzten 30 jahre meine rainbow reiki schule gegründet und entwickelt so dass wir heute fantastische methoden haben mit reiki den menschen ein besseres leben zu schenken wenn sie das lernen wollen oder wenn sie diese anwendung erfahren wollen heute möchte ich mit euch besprechen ob sich reiki die energie die wir mit der reiki methode die auf umika usui zurückgeht ob wir die spüren können und die antwort ist ganz klar nein die können wir nicht spüren aber was fühlen wir dann in den händen wenn wir zum beispiel als ausgebildete eingeweihte reiki anwender die hände irgendwo auflegen weil da ist ja irgendwas nun das sind die energien die durch reiki freigesetzt werden und in der japanischen reiki tradition werden diese energien als biosen bezeichnet das lässt sich in etwa übersetzen als gestaute lebensenergien also lebensenergien die sich nicht so bewegen wie sie das normalerweise gesunder weise tun sollten und würden wenn sie dann dürften was sie wollten biosen hat verschiedene grade und in einer guten usui reiki ausbildung und auf jeden fall in rainbow reiki erste grad seminaren und webinaren lernst du was die einzelnen wahrnehmung in den händen genau bedeuten reiki ist eine nichtpolare form der lebensenergie das heißt reiki ist im yin yang modell der lebenskräfte was ja nach der chinesischen energie lehre praktisch alles beinhaltet genau da wo sich yin und yang begegnen reiki sorgt also dafür dass sich yin zu yang wandelt und yang zu yin und zwar so wie das die göttliche ordnung die natur am liebsten möchte so wie es am besten funktioniert um leben zu unterstützen insofern ist reiki also eine eine neutrale kraft die nicht zu yin oder yang gehört und wir können sie nicht spüren aber wir spüren die auswirkungen wir spüren wenn etwas passiert die mildeste form von biosen gestaute lebensenergie ist dass wir hitze in den händen spüren die stärkste form ist wenn die hände kalt werden und schmerzen menschen denken oft weil sie zum beispiel schmerzen in den händen spüren können wenn sie jemandem reiki geben durch hand auflegen oder fernanwendung das geht ja auch mit einer weiterführenden ausbildung über die ferne selbst auf die andere seite der welt hin dass sie dann vielleicht auch ja eine gefahr laufen dass sie von einer für sie unpassenden lebensenergie erreicht werden und dass sie dann eine schlechte gesundheit bekommen oder eine schlechte stimmung das ist so nicht wahr denn eine kontaktfläche zwischen demjenigen der reiki gibt und dem klienten ist immer reiki und durch die energie reiki kommt nichts harmonisches durch das ist nicht möglich so wie auch ein eingeweihter und ausgebildeter reiki anwender immer eben auch reiki durch sich durchfließen lässt und über seine hände einfach weiter gibt das heißt wir geben gar nicht die eigene energie weiter wir geben tatsächlich die energie aus einer göttlichen quelle weiter im reiki nennen wir diese quelle den großen sonnen wurde nicht verwechseln mit der schöpferkraft das was anderes und insofern ist also das spüren der auswirkungen von reiki ganz wichtig denn dadurch kann ein erfahrener entsprechend ausgebildeter reiki anwender auch feststellen wo ein problem ist wo die wurzel eines problems ist und auch inwieweit sich dieses problem besser bis irgendwann das biosen diese gestalt lebensenergie wahrnehmung in händen ganz verschwindet ich wünsche dir eine super zeit mit reiki und falls du noch keine reiki ausbildung hast dann hol dir eine es lohnt sich immer und vielleicht möchtest du reiki in einer weit entwickelten form lernen dann komm zu den reiki seminaren und webinaren ich gebe welche in deutsch in englisch und die von mir ausgebildeten meister und lehrer tun das auch in vielen ländern der welt eine gute zeit wünsche ich dir born 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 die born dann die her von